Seit mehreren Tagen hat ein Unwetter die nördlichen Regionen Italiens fest im Griff. Starker Regen, Gewitter und Windböen aus dem Süden verursachten in der Nacht auf Freitag Überschwemmungen in mehreren Gemeinden der Provinzen Udine und Pordenone. Die Pegel der Flüsse Tagliamento und Livenza stiegen stark. Das schlechte Wetter droht das Pfingstwochenende zu trüben. Niederschläge und Gewitter, die erhebliche Schäden verursachten, wurden auch in Venezien gemeldet. Eine Brücke stürzte in Malo in der Provinz Venezia ein. Sie wurde von den Wassermassen des Flusses Livagon weggerissen, der nach heftigen Niederschlägen übers Ufer trat. Niemand wurde verletzt, wie lokale Medien berichten. Heftige Niederschläge wurden auch in der Stadt Venedig gemeldet. Die Feuerwehr veröffentlichte ein Hubschraubervideo über dem Gebiet von Colonia Veneta. 20 Millionen Kubikmeter Wasser flossen in 24 Stunden in den Gardasee. Der Pegel liegt 136 Zentimeter über dem hydrometischen Nullpunkt. Vor genau einem Jahr lag er bei 73 Zentimetern. Es handelt sich um ein unvorhersehbares, außergewöhnliches Phänomen mit intensiven Regenfällen in einem sehr kurzen Zeitraum, die ein schnelles Abfließen des Oberflächenwassers nicht zulassen, kommentierte Luca Zeier, Präsident der Region Venezien. Zum ersten Mal wurden alle sechs Kanalisationsbecken der Region geöffnet. Damit konnten die Wassermassen gesammelt werden. Die Arbeiten zur Beseitigung der Schäden sind bereits im Gang, insbesondere nach dem Bruch zahlreicher Dämme. Zeier mahnte die Bevölkerung zur Vorsicht und forderte die Bürger auf, sich nur so viel wie unbedingt nötig im Freien zu bewegen und sich von Dämmen fernzuhalten. In der Lombardei tobten weiter Unwetter. Ein 66-jähriger Pensionist wird vermisst, nachdem er nach dem Einsturz einer Brücke in den Fluss Zerenza in der Provinz Como gestürzt ist. Weitere zwei Personen, die ebenfalls ins Wasser gefallen waren, konnten sich retten. Diese Woche hatten Unwetter vor allem die Stadt Mailand und ihre Provinz schwer unter Druck gesetzt.